Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was gesagt und gedacht wird, keine Aufregung, keine Anstrengung, wie wollt ihr denn besser machen, was heute unvollkommen ist, wie gegen Dummheit kämpfen, wenn ihr sie nicht bemerken wollt Ich hab dich überall gesucht, wusste ja, dass du heute herkommst, das ist Matthias Hallo Und das ist Tanja, meine Frau Warum muss das so sein? Was? Das Und warum muss das sein, dass man sich deshalb rechtfertigen muss? Mensch! Ich nicht! Wem schadet man denn? Außer dem sogenannten guten Ruf? Hat nicht jeder das Recht, so zu leben, wie er leben muss? Wem schadet man denn? Untertitelung des ZDF, 2020